So, gut. Na da unten haben wir wieder hier Vandalismus sowas. Ach ja, hier haben wir auch unten Virusinfektion. Ja ja, guck nur mal. Ich sag ja, die blauen machen wir vielleicht mal in so nem Zeitraffer und die anderen machen wir jetzt so die roten. Die roten sind die wichtigen. Ja, so ist das. Hey, vor mir ist grad ein Polizeiwagen vor mir gefallen aus der Luft. Hast du was damit zu tun? Na, ich bin weit, weit weg von dir. Keine Ahnung, vielleicht hast du mit deinen Superpower dafür gesorgt, dass er bis zu mir fliegt. Nein. Möglich wär's. Nein, ich bin weg. Und er ist weg. Weg! Jetzt kann ich das wieder nicht annehmen, oder? Doch. Ah, 25 Schuss hab ich nur. Also, drei Runden. Am Anfang mit fünf Gegnern. Och, Mann. Alter, bei mir fehlen vor allem ein was. Gegner. Die kommen schon noch. Ja, das hoffe ich doch. Oh ja, du hast recht. Sie kommen. Und ein paar, ähm, Datensammlungen. 200. Eine Zahl. Ich hoffe, du brauchst nicht so ewig. Äh, keine Ahnung, je nachdem. Es muss noch ein Gegner kommen, dann bin ich fertig mit der ersten Runde von drei. Ach ja, hier steht's ja. Warte mal. Warte mal. Bisschen Jazzmusik. Dün, 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 dün. Dün, dün, dün. Hahahaha. Alter Gegner. Ist das geil. Es wäre geil, wenn Gegner da wären. Heieiei, du machst ein Zeug. Ich. Was heißt denn Zeug, die kommen einfach nicht? Die sind halt bei mir, bei der Party, bei der Jazzmucke. Ddededededede. Oh. Wir zählen sie aber nicht, oder? Ach nein, endlich kommt sie. Alter, ich will den nicht verprügeln. Später vielleicht, aber jetzt noch nicht. Später vielleicht. Wann ist denn später bei dir? Nach dieser Mission? Okay, mach mal. Nehmen wir das. Gut. Ach, jetzt bist du auch da. Kein Wunder, dass die Party weitergeht. Sag ich doch. Bring sie mit. Ja, du bringst nicht nur mit, du bringst auch die gute Musik mit. Ja, schon ist die Mission fast vorbei, ja? Ja, klar. Wir sind alle abdessen, alle! Ups, ich hab ihn getötet. So, auch weg. Yes! Entschuldigung. Na, noch zweimal. So, ich habe rausgefunden, das ist da ganz unten. Ja, mach mal diese Virusinjektion gleich. Die, wozu, nebeneinander sind die zwei, ha? Ja, 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 die kann man machen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vielleicht sind die noch simultan möglich? Vielleicht, nein. Weil, wenn du eine annimmst, kann ich nichts anderes mehr annehmen. Und was, wenn wir es gleichzeitig machen? Ja, das kann man probieren, aber ich glaube nicht, irgendeiner wird immer den Vorrang haben. Ja, wahrscheinlich du, weil Host. Nee, muss nicht sein. Alter, wie weit ist denn das weg? Ah, ich seh's. Also, hier ist eine. Ja. Komm, wir betteln sie mal weg, alle. Ja? Wow, das rutscht ja fast schon weg hier. Alter, wie kann der noch fahren? Der ist eingefahren. Ähm, wieso? Der Fuß war bestimmt auf dem Gaspedal. Der kann da noch so einiges. Okay, deshalb gibt's den. Schau mal auf, Alter. Hier ist gleich Explosionsstimmung. Ja, die ist jetzt schon. Genau, das war der richtige Abschluss. Entschuldigung. Nein, ich telekinese. Komm. So. Irgendwie läuft's immer, kennst du auch das Prinzip. Läuft bei dir. Sagen sie auch noch. Nein. Aua. Yeah. I am awesome. Hier fehlt irgendwie die musikalische Untermalung, ja. Na also. Wir brauchen mehr Explosionen. Alter. Aus nichts kommen. Ach, deine Verbindung zum Host ist wieder gehostet worden. Du Host. Hallo? Ja, ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich habe nur gerade das Ding zu Ende gemacht. Und jetzt haust du erst ab. Ich hoffe, es zählt dann für mich noch mit. Na ja, 72. Komm ruhig nochmal rein. Jo, ich komme wieder. Dumm, dumm. Also, ich schau mal kurz. Ja, das ist, das passt. Ich muss noch das andere halt machen. Okay. Alter, wir haben so viel Geld, das ist nicht mehr normal. Ich muss immer noch Waffen aufrüsten. Ja, das muss ich dann auch machen. Oh, da ist es ja schon. Sag, ich schau mal kurz, ob ich Bargeld abholen kann. Ja, kann ich. So. So, kann ich irgendwelchen Gegenständen, Gegner mit Gegner zu bewerfen? Oh, Entschuldigung, ich dachte, da war ein Gegner. Komm, werf, 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 auch wenn du eingefroren bist. Du kannst das. Telekinese kann alles. Telekinese kann alles. Okay, hi. Alter, der ballert im... Na toll. Warte mal, ich muss... Einfrieren. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ich habe den Leben vor mir gehabt. Du hast mich eingefroren und ich wollte die ganze Zeit wegwerfen und dann konnte er auf mir ballern. Verpiss dich. Scheiße, irgendwie wird es bei mir nichts angezeigt. Was? Wegen Virusinfektion. Warum? Kann auch gar nicht sein, aber du siehst du die Gegner. Ja, ich sehe die Gegner. Jetzt nur eine Stufe 2, oder Level 2. Welle 2. Ach, komm. Werfen wir einfach nur mal... Alter, wenn ich dauernd hier vereist bin, kann ich echt nichts machen. Du stehst mal weit entfernt eigentlich, bis auf jetzt gerade. Jetzt bist du wahrscheinlich gleich sterben. Ja, ähm... Ja, du standst vor mir. Du standst bei mir weit weg eigentlich. Nee, bei mir standest du sofort. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Ja, aber du liegst bei mir noch dort. Ja, ich... Ich... Liege ja auch dort. Ich werde auch wieder Belebung, nur... Ja, bei mir wird nichts angezeigt. Ja, das ist scheiße. Jetzt haben wir... Äh... Ah, Herausforderung geschafft. Beende 19, weitere Herausforderung. So, wie lange dauert noch Stufe 2, oder wie viele Stufen gibt es überhaupt? Äh, Stufe 3 und 2. Okay, wir sind fertig. Okay, das hat's wenigstens mitgezählt. Also eine fehlt noch. So, 4, 3, 2... Läufe, mich zählt dann eine. Eine eben nicht. Das komisch... Ich bin jetzt endgültig tot. Respawn-Time. Ja, das komische ist, wir haben eigentlich alle. Komplett alle. Ich schau jetzt gerade bei mir. Da ist noch die eine, die wir eigentlich schon gemacht haben. Naja, dann gehen wir mal hinten. Schau mal, wenn wir das noch machen müssen. Dann machen wir das jetzt zusammen. Wenn nicht, dann nicht. Ja, ich geh mal hin. Weil es kann ja sein, dass er das immer abgleicht, ne? Und da ich das schon gemacht hab, quasi als Host. Oder du dabei warst, whatever. So, da haben wir's, ja. Ja, ja. Also ich nehm die jetzt mal an. Ah, nein. Ja. Bei mir wird's auch angezeigt. Ah, ich dachte schon, ich bin wieder eingefroren. Oh, doch wieder eingefroren. Ich lass es nicht zu. Dir wird's schon warm ums Herz. Eingefroren, ne? Nein. Nicht mal. Nein, ich bin von dir weggerannt. Ich hab mir vorgenommen, ich bewerf diesen Laster mit Menschen jetzt. Ich renne dich um. Und tschüss. Ah, hier ist ein Polizeimobbit. Und tschüss. Und das Müllauto. Nimm Sineac-Symbol drauf. Böse. Jawoll. Yay. Zwei brauchen wir noch. Und die sind da drüben. Entschuldigung. Ja. Stufe 2 im MN. Ja, das schafft man. Das ist kein Problem. Klar schaffen wir's. Also, ich heg da auch keine Zweifel dran. Es sah ja nicht fredig mal ein, ha? Ja, vielleicht. Oh, mega Explosion. So, okay. Die letzten paar Kills. Ja, ja. Und das war's. Theoretisch. Ah, nein, Quatsch. Das sind doch noch ein paar. Jawoll. Jetzt. Jetzt hab ich's auch offiziell geschafft. Genau. 24 und 24. Dann gehen wir weiter nach dem Unbekannten da ganz links. Ja, das ist Sicherheitslöschung. Ja, bei mir ist noch unbekannt. Das ist es. That's the problem. Okay, dann lauf mal los. Ich muss mal kurz wieder an die Tür. Hallo. Ich bin's. Sagt er jetzt. Oh, der Schnatz. Der Schnatz. Bam. Hihihi. So. Oh, viel fehlt nicht mehr, ne? Bald ist zu Ende. Bald ist zu Ende. Aber wir haben schon das nächste in Planung. Was dann kommt. Oder auch nicht. Ich hoffe, das hält für Dirk mit. Ciao. Geh zum Ziel. Ich hasse dich. Was ist? Huch. Hallo, Dirk. Hallo. Ich will jetzt durch diesen Zaun. Warte, ich bin da. Ach, da vorne ist er. Wie? Nicht den. Nein, nicht den. Weiß ich nicht. I don't know. Ich muss jetzt erstmal abgeben. Oder annehmen. Äh, hat das jetzt für dich mitgezählt? Ziel eliminiert? Yep. Achso. Ja, das sehen wir ja, ob es für dich mitgezählt ist. Normalerweise müsste theoretisch gesehen das mitgezählt haben. Ach ja. Das ist zum Beispiel mir unbekannt gewesen. Hier oben haben wir alles da noch einmal. Sicherheitslöschung. Ich wusste nicht, was das ist. Und dann. Was? Wie? Achso. Ja, und dann haben wir alle roten Nachte gemacht. Dann können wir nochmal ein bisschen Nebenmissionen machen. Aber ich hätte gerne noch die anderen Wien gemacht. Dann können wir einfach alles freigeschalten. Würde ich mal behaupten. Oder? Kannste machen. Nein. Das Spiel besteht zu 90% aus Nebenmissionen. Ja, aber erstmal eine Hauptmission, oder? Wenn es doch so ist. Ja, nicht, dass wir hier nur Nebenmissionen machen. Oh ja. Halt die Schnauze. Oh. Sollen wir wieder das Special Part machen? Ein Audio-Log. Wo wir mal alle Audio-Logs zeigen? Von Asia. Da haben wir jetzt auch alle drei. Also bei mir werden jetzt Kills 24 von 24 gleich angezeigt. Das können wir machen. Ach ja, geh jetzt zum Ziel und dahinter Kills 24 von 24. Anscheinend müssen wir dann gleich 24. Bei mir wird noch gar nichts angezeigt. Geht zum Ziel jetzt. Ich kann es ja da vor mir auch anschauen. Aber bei mir steht da überhaupt nichts. Nur geh zum Ziel. Also ich denke, wir machen mal ein Special Part, wo wir dann auch die Screenshots nochmal zeigen. Ich mache ja mal fleißig Screenshots. Ein paar lustige sind dabei, würde ich mal sagen. Und weg. Fast zu Hause. Warte mal. Haben wir alles. Ich schaffe das gesamte Open-World-Gameplay in zwei Bezirken in der Steelport-Zination. Ist das geil, Alter. Wollen wir den Vandalismus machen wenigstens noch? Dann haben wir eigentlich alles geschafft. Bis halt auf die Blauen jetzt noch. Die machen wir natürlich auch noch. Das sind ja nicht so viele. Moment, warte mal. Bekanntheit, alle weg. Oh Mann. Warte mal, ich tue das mal markieren und du sagst, wo Vandalismus ist. Ich gehe einfach mal hin und nehme an, okay? Ja, kannst du machen. Ich habe das nur markiert. Also wir machen schon deinen Vandalismus, ja? Warte, Schnatz. Ja, ist relativ relevant. Hab ne. Okay. So, weil dann haben wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen geschafft. So, vielleicht nicht da. Jetzt. Vandalismus. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Okay. Du, 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 du. Ich benutze alle Stampferkraft. Ich glaube, ich habe deine Scheiße, Zinnjag. Ich weiß nicht, dass ich das nicht. Oh, yeah. Ja. Stampferkraft nur, oder was? Bist du im Bereich? Das sollten wir hinkriegen. Hä? Wieso habe ich dafür keine Punkte gekriegt? Haben wir voll drüber. Über 100.000. Okay, 100.000 haben wir fast. Wie voll drüber. Ja, jetzt. Ja, natürlich. Wir sammeln ja fleißig. Wir sammeln fleißig. Fick dich. Was war, was ist jetzt mit mir los? Ich war, habe ich jetzt Schwerkraft eingesetzt oder was? Weil ich war irgendwie voll in der Luft. Keine Ahnung, ich habe nur einen Stampfer gemacht. So. Keine Ahnung. Ich kam mit dem Stampfer vorbei. Ich habe alles weggeräumt. Yay. Alles schön. Ja, haben wir noch voll viel Zeit. Normalerweise. Silber haben wir auch gleich. Hm. Das stimmt. Hammer, würde ich sagen. Ja, das geht sogar. Ich dachte, haben wir schon mal. Die 200.000. Wir brauchen mal 700.000. Oh. Wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Tschü, tschü. Ja, es wird knapp. Ja, aber es wird knapp. Wobei. Na ja. Es ist schwierig. Ja, ja. Ah, na ja. Gut. Mit den Briefkästen und Zeugen oder diesen Zeitungskästen kannst du halt voll viel Cash machen. Ja, ich mache ja schon. Dirk. Jetzt geht doch. Ja. Ja. All the way to 1-1. Komm schon. Ja. Puh. War ein bisschen laut. Macht ja nicht. Ja. Puh. War ein bisschen knapp. Minimal. So. Minimal. Oh shit, ey. Nice. Und jetzt widmen wir uns der Rettung von Johnny. Oh, Johnny. Oh fuck. Achso, dafür müssen wir auf Schiff. Oh. Dann gehen wir auf Schiff, geben ab die Nebenmissionen und dann widmen wir uns Johnny. Simulation verlassen. Simulation verlassen. Ja. Simulation verlassen. Ganz unten. Ganz unten. Hallo, Kitsi. Ja, ist das wichtigste, überall einkaufen. Mit all diesen Accesspunkten zurück in die realen Welt, bin ich viel weniger überrascht, dass du da jetzt getroffen hast. Ja. 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 Okay, dann geh ich auch mal kurz hin. Ja. Aufstiegsaktion. Ja. Triff dich mit Ben auf dem Schiff. Nochmal. Yay. Ja, wir haben das gemacht. Yo. Outfit. Ben-King-Anzug. Deinen zweiten Namen solltest du in Teufelskerl ändern, wenn du diese Klamotten anziehst. Echt? 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 Also, dann Asha. Yeah. Jetzt farem wir das Kostüm dafür. Die ist immer am Boxen. Hallöschön. Ent内 ja dann. Erkundet den Spal, trifft dich mit Lex. Und Shaun. Oh, Shaunie. Stimmt. So, dann. So. Er gibt doch n bisschen was zu tun. Huch, nein. Da geht es lang. Oh yeah, Outfit Lebensfroh, Shawny, Anzug. Aus dem Gespräch mit Shawny. Woraus? Okay, ich habe gerade Waffe, Murderbot, Minenwerfer freigeschalten noch. Ja, ich kann doch wieder laufen. Lebensfroh, Shawny, wir müssen uns auch noch treffen, ja. Und wo auch immer du jetzt gerade bist. Computer. Du läufst doch. Computer, genau. Oder, was? Ja, bei dem Computer. Computer. Ja, bei dem Computer. Ja, wenn die... Ach, den da! Da, wo du in die Richtung, wo du gelaufen bist. Hier. Warte, 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 warte. Und jetzt rechts, da vorne. Der rechte Computer. Hier. Ja. Stammfelement schrumpfen. Yeah. So. Win-win. Jawohl. Du für Shawny, alles was du kannst. Aufgaben, Loyalitätsaufträge, alles. Natürlich schon. Wie ist ne geile Sau. Ich weiß ja nicht. Sag mal so wie es ist. Ja. Den Rest müssen wir jetzt unten machen dann. Ich schau noch kurz mal was, was ich aufbauen kann. Okay. Gib dich zum Schiff. Hier hin. Wollen wir starten mit der Mission? So, komm Auftrag starten. Das wird jetzt nochmal lustig. Das wird jetzt nochmal lustig. Ja. 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 Ja.